Musik Ja und was das Besondere ist bei einer solchen Fußball-Weltmeisterschaft, Sebastian, ist ja auch die Tatsache, dass man hier nicht für den Verein spielt, sondern für sein Land. Genau, das ist ja dieses Wir-Gefühl, wir repräsentieren. Und das ist ja jedem anzumerken, die stolze Brust in jedem Trikot, aber die mussten natürlich auch die in Siege setzten Hoffnungen erfüllen. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Na, da setzt er sich stark in Szene. Na, so einfach geht's dann auch wieder nicht, oder? Nein, dafür ist ja der Torhüter da, also den kann er problemlos abfangen. Rekovic Ja, das ist aber ein leichtes Spiel für die Vort... Und da war genau zum rechten Zeitpunkt, da, es gibt nur Eckball. Und die Falle des Schriezrichterassistenten ist, Orben Eckball. Mitliebe der Kopf, ja da hat sich viel gefehlt, oder? Nee, ganz knapp, ganz knapp über die Latte, trotzdem guter Kopfball. Und jetzt versuchen sie es erstmal hinten rum. Ja, auch der Abwehrspieler ist verlasst, der war rechtzeitig zur Stelle. Und jetzt kommt der Abwehr. Massoud. Guter Abwehr. Schöner Pass in den Lauf. Und Tschüss. Und das wird Eckball geben. Der Herbstherr steht gut. Und jetzt, was macht er jetzt? Ganz schwache Flanke. Ja, und statt möglicher Torgefahr gibt es hier für den Gegner nur ein Wurf. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. Und schon haben sie den Ball wieder verloren. Ich habe viel Zeit auf dem Weg nach vorne. Toll, Ball ist noch heiß. Sie waren gelöhnt. Der schießt sich da an, der die Aktion mit einem Freistoß. Ha, jetzt gehen sie zunehmend Risiken ein hinten. Aber hier nochmal den Glück abseits. Ballverlust. Ah, da wird der Trainer zufrieden sein. Ja, da wird erstmal hinten rum gespielt. So, daraus könnte was werden. Gutes Abwehrverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Und die Flanke wird eine sichere Beute für die Abwehr. Was geht in die Mitte? Ja, das hat nicht funktioniert. Sauber vom Ball getrennt. Ah, und da verlieren sie den Ball. Ja, es sieht gut aus. Ja, dann hat er gut abgefangen, den Ball. Er hat der Ball sich wieder gut gemacht. Und jetzt versuchen sie sich freizulaufen. Ja, es muss Einwurf geben. Da, und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Und jetzt, aber so viel hat er auch wieder nicht gefehlt. Der verliert in den Zweikampf mit dem Torhüter und die Chance ist vorbei. Ah, die Fans wollen jetzt den Torhüter hier verunsichern. Und schon ist er weg, der Ball. Massoud. Der Schiene ist getroffen worden, signalisiert sofort. Natürlich geht's weiter. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Kein Verteidiger weit und breit. Gehalten, aber noch heiß. Er kommt an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Ja, Schiedsrichter entscheidet noch Vorteil. Ja, ich glaube, das ist korrekt. Also er lässt das Spiel laufen, gut so. Und da kommt die Flanke auf den langen Pfosten. Ja, wie sagen wir, Sebastian, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, in dem Fall stimmt der Spruch, hätte er mehr noch was machen müssen. Ja, gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Sicherheit zuerst mal, dass Watto beim Aufbauspiel. Ja, schwupp, paddelt der Ball. Gute Aktion vom Verteidiger. Könnte gefährlich werden auf der Flanke. Ja, und damit hat der Keeper überhaupt kein Problem mit dieser Flanke. Schön gespielt. Oh, so macht man das. Das muss es sein. Ja, toller Pass. Und so blockt man sowas ab. Und er versucht es aus der Ferne. Und weiter ist es aufgepasst. Gefährlich an die Latte. Und der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Nikunam. Noch kein Tor in der ersten Hälfte. Aber ich bin optimistisch liebe Zuschauer, dass sich das dann im zweiten Durchgang ändern wird. So, die Pausenanalyse gibt es jetzt von Sebastian Hellmann. Ja, wir sehen zwei Teams absolut. Da ist alles noch drin heute. 45 Minuten, 7 Uhr zu spielen. Klasse Pass. Er liegt noch am Boden. Scheint sich da verletzt zu haben. Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören. Oh, das ist das Tor. So, jetzt endlich mal was Zählbares in dieser Partie. Hat schon bis zur zweiten Halbzeit gedauert. Abwehrschlägt Angriff, zumindest in dieser Situation. Ja, er hat ihn gestört, aber den Ball hat er nicht bekommen. Ja, jetzt müssen Sie ganz von vorne anfangen. Und er lässt sich da nicht abdrängen. Nikolic. Foul, dafür gibt es Freistoß. Andranik. Ja, genau in die Mitte gespielt, der Ball. Nikunam. Sicher in der Ballbehandlung. Ja, gut zurückgeholt, den Ball. Ja, jetzt würde ich erstmal anstelle des Keepers eine Abwehrmauer aufbauen. Aber ja, aber ja, liegen eh schon hinten. Und jetzt gibt es noch was obendrauf, Sebastian. Ja, nochmal rot, noch einen Platzverweis. Und jetzt wird es natürlich noch schwerer, das Spiel zu drehen. Ja, schön geil, Kopfhörbart, oder? Ja, absolut. Guter Freistoß, aber er ist zu stellen. So, was hat er jetzt gegeben? Ja, er schaltet auf Eckball. Achtung, Kopfball. Und noch eine Ecke. Kopfball. Ja, und was steht im nächsten Training auf dem Programm? Der Torabschluss. Und Kopfballpendel, Kopfballübungen, den muss er machen aus der Situation. So, der Trainer bringt nochmal einen frischen Mann. Kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier gezeigt hat. Aber er wechselt halt nochmal aus. Fällt noch ein bisschen über die Arena hier in Durban. Über das Durban Stadium. Und ja, das ist schon beeindruckend hier, oder? Ja, absolut. Also eines von drei Stadien. Abgewährt hat er ihn, aber nicht festgehalten. Er versucht, an die Ball heranzukommen. Ja, sie versuchen es wieder durch die Mitte. Niko Nam. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Oh, das war ein weiter Weg zum gegnerischen Tor. Ja, jetzt ist er vorbei. Das war gar nicht so einfach für den Kiefer, oder? Absolut nicht. Hat er richtig gut gemacht. So im letzten Moment. Da von hier oben. Da kannst du es ein bisschen besser beurteilen als unten auf dem Spielfeld. Also für mich war es kein Abseits. Massoud. Ja, jetzt ist er durch. Jetzt ist er vorbei. Oh, das war eine klasse Chance. Mensch, wenn er den macht, dann ist das Ding schon fast durch. Ja, würde ich auch sagen. Aber es bleibt bei diesem Eigentor-Vorsprung Riesenmöglichkeit ausgelassen. So was nennt man saubere Abwehrarbeit. Und solche Chancen macht er normalerweise rein. Und der Ausgleich. Und der Kapitän Sebastian, der geht mit gutem Beispiel voran. Da ist er auch ein abgibt, der Top-Spieler kommen. Und zu Recht der Chef da aufgeblasen. Und der Pass hinein ins Zentrum des Spielfelds. Oh, weg ist der Ball. Das ging zügig. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Jetzt müsste die Flanke kommen. Und jetzt ab mit dem Ball ins Tor. Na, die Flanke ist kein Problem da hinten für den Abwehrspieler. Und er versucht es alleine. Möglichkeit jetzt. Und Tor! Und nochmal geht's durch die Mitte. Ganz viel Reaktion war das. So, wie verhält sich jetzt der Keeper? Zieht ab. Nur Zuschauer hätten ihn lieber drin gesehen. Ganz, ganz sicher hat er das gemacht. Massoud. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Ja, ging ziemlich schnell. Da ist er wieder der Ball. Ja, sie versuchen es jetzt durch die Mitte. Gutes Zweikampfverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Und man hat die Negromitereingruftmöglichkeit. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich zwei frische Spieler in die Partie. Gerade noch rechtzeitig abgefangen. So, die Abwehr ist ausgespann. Ja, und das ist modernes Torwartspiel. Da musst du als Keeper mitspielen. Absolut, Tom. Genau, richtig gut ausgepasst. Immer die Aktion voraussehen. Und das macht er hier. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Und jetzt die Frage, macht er ihn rein? Und die Situation ist noch nicht bereinigt. Oh, also die Chance hat er vertagt. Tolle Parade des Tore das. Und souverän festgehalten auf dem Ball. Ja, und jetzt sieht man das Ohne halt schon kommen. Und bitte, Obacht! Ja, für mich war es eher eine Fehlentscheidung, aber von hier oben haben wir immer leicht reden. Für dieses Foul müsste es eigentlich Freistoß geben. Der ist drin! Und damit, Sebastian, glaube ich, können wir den Sieger beim Namen nennen. Ja, absolute Spitzenleistung heute. Das war ein klasse Unterschied zwischen beiden Teams. Das Spiel jederzeit unter Kontrolle und den ganz klar verdient der Sieger von Klasse. Und der kommt genau an. Massoud. Oh! Star Kilometer war er am Ziel vorbei. Das war eine beeindruckende Vorstellung dieser Mannschaft. Sie haben gut gespielt und nicht nur das, das Resultat hat unterm Strich auch gestimmt. Ganz genau, Sie haben gewonnen. Und was die Taktik so ausmacht, wie der Trainer vorgeht in so einem Turnier, ist schon enorm. Sehr gut gemacht. Also das war, haben wir still. Das war ein Majesty. Und was hat gar nicht gewonnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017